... Du weißt, dass meine Tanne gerade abbrennt, ne? Ach ja, toll. Mein Haus. Das macht der Schmidt mal eben so. Ganz klasse. Ja, super. Super. Bist du bescheuert oder was? Bist du bekloppt oder was? Hast du Gase eingeatmet? Sag mal, bist du nur noch krank? Nein. Ja? Was sollen wir jetzt machen? Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Du gehörst doch eingesperrt. Sag mal, bist du bekloppt? Sag mal, du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Gib... Ist das doch nicht dein Ernst, ne? Ja, ist alles gut. Wo ist denn alles gut? Das sind die Bäume von meinen Schwiegereltern. Ja, Mann. Geht da... Geht da jetzt hin, Mann! Geht da jetzt hin! Sieh zu! Nimm dein Scheißding da jetzt! Wo soll ich dich hin? Nimm dein komisches Ding da! Mach da jetzt das Ding an! Sieh zu öfter, Daniel! Sag mal, bist du nur noch bescheuert oder was? Du gehörst in Knast! Das glaub ich nicht! Das glaub ich nicht! Das ist krank! Das ist krank, was du machst! Der ist so krank! Der ist so krank! Du bist so krank, bist du! Nimm den Feuerlöscher, Mann, du Vollpfosten! Hab ich nicht! Meine Hecke! Meine Hecke! Der gehört in Knast! Der gehört hier! Schatz! Was? Schatz! Ey, Samba! Schatz, Mann! Hilf mir! Hilf mir! Nö, meine ich! Du hast hier eingesperrt! Das... Der brennt mir mein Haus ab! Der ist bekloppt, ist der! Der hat nicht mehr eine Tasse im Schrank! Du gehst so alleine, ey! Ich hab kein... Ich hab kein... Ich hab kein Verständnis mehr für dich! Komm! Rein! Nein! Ich hab kein Verständnis mehr für dich! Ich hab kein Verständnis mehr für dich!